Okay, ähm... Ach, das ist die Schneemap, ne? Willkommen! Bei einer dunklen Map. Ja, wollte ich auch gerade sagen, hallo und herzlich willkommen zur dunklen Map of Doom. Natürlich wieder mit dem Cake. Fick dich doch FPS-Anzahl. Warum gehst du... Ich nehme jetzt das die Vertreter, ich schaue weg. Nimmst du jetzt doch mit auf, oder? Ja, jetzt habe ich am wenigsten meine 30... Mein Problem ist, ich sehe dich nicht. Ich bin irgendwo... Ähm, lass! Andere Richtung, andere Richtung. Hier links, links, links. Das Ding, was hier hinten springt. Ach, da! Game start, du lauf rein, ne? Äh, nicht in die Mitte, lass uns irgendwo hier am Rand. Ich lauf trotzdem rein. Okay, nicht. Ja, was denn jetzt? Ich will jetzt irgendwo am Rand lang. Also sprich, du nimmst jetzt auf, das heißt, du bist... Du schickst mir also deine Datei, oder? Nein, die sagt nein. Bist du jetzt da runtergesprungen? Ja, aber ich habe keinen Fallschaden bekommen. Ja, weil die Grace-Period noch läuft. Sag das doch vorher! Ab in die Höhle, wer ist da unten? Du Fotze! Genau, wer ist da unten? Du Fotze! Jetzt, jetzt kriegen wir nämlich auch Schaden. Oh, fuck you. Ja, der hat einen Goldschwerhut! Ja, ja, was ganz selten auf so Survivals ist, ist ein Eisenschwert. Ja, das wusch ich auch, du. Warum ist hier nix? Lass einfach hier warten, komm. Was bringt das? Einmal warten! Wie will ich, ähm... Das passt auch voll für die Aufnahme, du Zepp! Lass mich, das sind Autos. Lass mal die Autos besuchen, geh. Da ist ein Typ, nein, 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 nein. Shift-Taste drücken, um nicht zu sehen zu werden. Dam, dam, dam! Dam, dam, dam! Da sind Autos, da sind Autos, ich will das Auto haben. Ich bin so ein... Oh, fuck. Ich habe weniger Schaden gekriegt als du. Wie, hast du schon eine Rüstung? Nein, habe ich nicht. Ich bin nur zwei Blöcke tiefer gegangen, bevor ich runtergesprungen bin. Nee, nee, nee. Ist da oben was? Ist da oben was? Gib mir doch irgendein... Ach, fuju. Warte, Schätzeleit. Hallo, Schatzi. Das Problem ist, äh, nö. Das Problem ist, leider, durch den Shader sehe ich nicht so viel. Denken Sie, ich sehe jetzt auch was? Oh, ich dachte, das wäre ein Kissen. Das ist aber Holz. Du siehst, du hast ein bisschen mehr im Dunkeln, du siehst mehr im Dunkeln als ich. Ich gucke gar nicht auf die Map. Ich gucke eigentlich auf Minimim. Auf Minimimim. Na komm, ich ziehe das mal voll hell, aber das könnte durch den Shader dann jetzt krass hell wirken. Was steht da? Innen gibt's K. Aua, ich werde angegriffen! Aua, ich werde angegriffen! Ach, ich werde angegriffen! Ach, ich werde angegriffen! Aua. Ich werde... Oh, ich werde... Was? Ich bin auch noch in euch. Ist ja gar kein Ding. Ingame, 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 Inzest. Sag mir einfach gleich die Arena und dann bin ich ganz schnell drin. Ich gebe nämlich jetzt einen Befehl ein, mir reicht's. Wir sind alle Ingame, okay. Das heißt jetzt, ich nehme zwar hier auf, aber ich schneide das dann einfach gleich raus irgendwie. Oder du hörst gerade auf mit der Aufnahme und oder irgendwie, mach mal neue Map, ihr Arschlöcher. Was ist das? Ich werde nur zucken, zucken, er bleibt sich Anfall, zucken. Also Arena 11 sind zwei, Arena 9 sind zwei, Arena 6 sind zwei. Arena Ingame, 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 Ingame. Also ab 7, ab 6 sehe ich alle darunter Ingame. Ingame, 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 Ingame Slash SG! Nein! Join! Nein! Game 9 ist full! Ich bin jetzt gerade rausgegangen, weil ich wollte jetzt nicht alleine. Pass doch mal richtig auf! Da weißt du, ich bin so unten bei den bis zu 6 und der... Püh! Mal gucken weiter... In-Game... Starting... Der ist voll... Warum bist du jetzt hier unten? Weil ich gerade gucke, du Vollpfosten! Ja, aber... Du bist so volli... volli voll voll! Volli voll! Hört auf zu starten, ihr... Blödi Jahn! In-Games! Die sind alle in-Game! Ja, aber das sind alles immer noch... Leute! Leute! Ich cutte hier für... Ich nehm wieder auf, wenn wir da drin sind! Oh, ich hab da direkt nen Leiter hinter mir! Also, ich ähm... Hi! Ähm... Laufe... Wo laufen wir? Ich lauf raus! Letztes Mal die Map kenne ich! Ich nicht! Hier gibt es ne ganz böse Falle, wo wir aufpassen sollten! Da ist... Da ist... Da ist Markedos reingefallen und kam nie wieder raus! Kedos, ich liebe diesen Typen, ne? Wow! Ich bin hoch! Ich bin... Ey! Schiwups! Schiwups! Kommst du? Schmarr! Ich bin doch schon da! Jetzt hol nicht rum! Ne, ne, ne! Ist da oben was? Da war ne Kiste direkt vor uns! Aber komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Wir müssen ihn ganz schnell weg! Voll weg! Aber ich kenn diese Map! Ich hab schon mehrmals... Ich bin so gut! Oh! Boah! Ich bin so gut, ne? Komm her! Lass mich nicht töten! Nein! Pass auf hinter uns! Pass auf! Da hinten ist einer! Da komm mit! Ich, äh... Zieh mir mal meinen Leder-Helm an! Wenn ich's kann! Und du nicht! Mein Gott, siehst du geledert aus! Pah! Was? Der Witz musste sein, der nicht mal irgendwie witzig war, aber ist okay! Schade, dass der... Eine Kiste! Such eine Kiste! Schade, dass der Shader nicht so krass eingestellt ist, dass die Kisten so leicht leuchten! Ich hätte mal einen drauf, da war das so! Da waren die Kisten so richtig leuchtend! Also bei mir ging's aber als 1.2.7 glüppig! Äh, da konnte ich halt wirklich mit dem Shader flüssig zocken und sogar mit 60 FS und das war übertrieben! 1.2.7 gab's nicht! Ich weiß nicht warum, aber ich konnte es einfach! 1.2.7 gibt's nicht! Ähm... Äh, 1... 2.5! 1.2.5 meine ich doch! Flamingo! Ich lauf weiter, ne? Also ich weiß nicht, ob du mir hinterher kommst, aber... Ja, tue ich! Auf mich zu verfolgen! Wird's... Wird's so kurz! Das ist doch mehr nicht weit groß genug für uns beide! Kennst du von Nemo? Nemo... Findet... Game on! Oh, guck mal, ich hab Essen gefunden und ne Hose! Was ist das alles... Sollen wir baden gehen? Oh, wir baden einfach nach unten! Ohhhh... Gib dir ne Schwimmhose! Du sollst hier nicht nackt rumlaufen! Wo bist du? Oh! Aufm Weg! Nach draußen! Du... Halb-Verbrannter-Typ da... Halb-Verbrannter? Ja, in meiner Nähe halt, ne? Ich bin so heiß dafür halt, ne? Weißt du? Halb-Verbrannter?! Ich bin... Ich bin... Ich bin Ender... Enderman Hero Brian! Ja, du kennst... Du kennst die Map, ne? Volle Kanne! Hm? Nein, ich hab die Videos gesehen! Ich hab die aber selbst nie gespielt! Jaja... Sag mir das... Ich spiel eigentlich fast nie Hunger Games! Ich such einfach nur nach... Nicht, geh wieder durch den Weg! Ihr habt ein Schwert! Unten... Hast du? Ja, ich hab das Schwert! Hier ein Helm! Büh! Schakalaka-laka, wir sind so gut! Wer hat den jetzt eigentlich getötet? Äh... Du! Yay! Mit Luft! Hahaha! Da statten mich... With air! Hahaha! Ich kann jemand mit Luft töten! Hutsack! Nyaa! Miauts! Genau! Ich bin ein Miautsi! Okay, da kann man nicht ruhig hoch! So, einmal gucken! Da sind Häuser, da ist das, da ist das! Du bist nur jetzt schon wieder! Ich bin hier oben! Da hinten ist wieder ein Typ! Da hinten ist wieder ein Typ! Der ist hier irgendwo im Haus! Also, pass auf! Ne! Ich sneak gerade auch nur! Sneaking! Du mal rechts lahm, weil dann können wir den wenigstens so ein bisschen überraschen! Wenn du da sag Bescheid, dann lauf ich mit Geschwindigkeit zu dir und schlag dich! Ähm... Ich sneak gerade nur! Hahaha! Hahaha! Hey! Wo ist denn der? Weiter und zurück! Soll ich mal ins Haus rein, oder? Jo, kannst du! Sneakst du weiter! Sitzt du schon oder sneakst du weiter? Hahaha! Also, ich weiß nicht in welchem Haus der jetzt ist, aber... Also, hier drin sehe ich niemanden! Also, pass auf jeden Fall auf die Ecken auf und so weiter, weil der kann ja irgendwie sich verstecken, weißt du? Ne, also, hier im Haus sehe ich niemanden! Ich auch nicht, aber ich habe gerade einen gesehen, ich weiß nicht wo der ist! Die Frage ist, ob der nicht gerade erst aus dem Haus rauskam, oder so? Ne, der ist ja in das Haus reingelaufen, also, das habe ich ja gerade gesehen! Nein, nein, nicht mich schlagen! Ich bin jetzt hinter dir, ne? Pass auf! OOOOOOOOH! Nein! Weiter! Ja, wo ist denn der? Der scheint schon, wie gesagt, futsch zu sein! Ja, schön, dass man hier gar nicht hochkommt... Hallo, lass mich doch... Ja, okay, dann lass raus! Ich bin schon wieder draußen! Jo, ich... Wo bist du nur links, rechts? Warte mal, warte mal! Stopp! Da ist wer! Da ist wer! Da ist einer! Vorsichtig! Ja, kommst du mit rein? Was? Wo ist er? Stopp! Wow! Yeah! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ähm... Ich z... Ach, komm schon, die Taste hier! So, wie sieht denn deine Hungerleiste aus? Wohl! Ich hab... Viel zu viel Essen! Ich hab noch... Äh... Ich hab noch ein bisschen... Hier, nimm dir das mal, weil das... Die andere ganze Rest reicht für mich locker! Also, ich kann auch 49 Mal mit meinem Schwert schlagen! Ich noch 59 Mal! Ach, hast du dieses Ding auch drin, oder was? Ja, ja! Ja, genau! Das hab ich ja halt drin! Weißt du schon! Was ist denn in der Worte noch? Ich weiß gar nicht mehr, durch welchen YouTuber ich das damals entdeckt habe! Kennst du dieser... Cracky? Nein! Der ist cool! Ich mag den! Ich weiß nicht! Aber seine Mods-Tutorials sind... Wo bist du? Da hinten ist wer! Aber wo bist du? Ja, das bin ich... Entweder bin ich das, oder bist du das? Wo bist du jetzt schon wieder?! Da, hallo! Bleib stehen! Hier! Hinter dir! Kurz! Nein, also da hinten läuft jemand rum! Das Problem ist, der hat einen Kettenhelm und einen Diamantschwert! Äh, nicht Diamantschwert, Goldschwert! Ja und? Scheiß drauf, Goldschwert ist genauso schlecht wie unser! Dann lass uns hin! Hast du ihn kurz gesehen? Ja, ich seh den immer noch! Ich nicht! Ich seh den nicht mehr! Ich seh den nicht mehr! Erstmal was essen! Njam, 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 njam! Steak! Guck auf, der ist irgendwie hier geschifftet! Also... Das ist die Falle hier mit den Items und so, ne? Du meinst die Lavafalle da hinten? Nein, nein, das hier ist aber auch ne böse Falle mit dem Flughafen! Da gibt's voll aus wie alle Items, aber du hab's ja nicht mehr raus! Da oben! Da oben links, da oben links! Ja, ja! Ich hab ihn schon gesehen, aber wollen wir da wirklich jetzt hoch hüpfen? Du weißt, der hat einen kleinen, äh, äh, warum ist wirklich... Null! Lack! Schon zurückgesetzt! Du stehst bei mir immer noch neben mir! Hey, wieso werd ich... Wird gar nicht zurückgesetzt! Der Server lag doch immer gerne! Er geht zu der Kiste, seh ich gerade! Ja, lass ihn doch einfach aussuchen! Mein Gott, der Server lag gerade wieder wie sonst was! Bist du da? Bist du da? Stopp! Ich bin direkt hinter dir! Nein! Nicht in die Lava schmeißen! Oh, falschen! Ich komm da nicht hoch! Lightflash stirb! This Items of Doom! Was hat... Leder, 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 Leder... Hat er nicht irgendwie... Ich hab nen Kettenhelm! Ich hab die, äh... Ich hab goldene Stiefel an! Ich hab... Goldene Schwert, Holzschwert... Aua, hör auf mich zu! Nein, das ist der Gott! Nein! Da war noch jemand! Nein! Nein! Fuck! Okay, das ist schief gelaufen! Aber ich würde mal sagen, äh... Ich denk mal, pro Aufnahme machen wir immer nur zwei Maps, das reicht ja wohl! Ne? Wir sehen uns dann wohl beim nächsten Mal vielleicht noch wieder Hunger Games oder falls wir irgendwie doch auf dem Hive-Server irgendwie was anderes zacken können, sehen wir uns auch da! Bis dahin und äh... Bis dahin und äh... Bis dahin und craftet schon weiter! Hahaha! Ich dachte, du hast jetzt kuchtet weiter, aber okay! Tschüssi! Tschüssi! Untertitelung des ZDF, 2020